Renni, herzlich willkommen dieses Jahr auf dem Impact Festival. Vielen herzlichen Dank, dass ich mal wieder mit dir reden darf. Wie läuft es denn für euch? Wir sind jetzt am zweiten Tag, ungefähr am Mittag. Du bist ja mittlerweile regelmäßig da. Wie läuft es dieses Jahr für euch? Seid ihr zufrieden? Wie ist es am Stand? Ja, absolut. Also wir haben dieses Jahr unfassbar viele Gespräche. Ich musste jetzt vorher schon mal zwei Hustenbonbons hier nehmen. Allein deshalb, weil meine Stimme fast weg ist. Also wir haben im Grunde von morgens bis abends wirklich hunderte von Gesprächen mit dem gesamten Team. Sehr interessiertes Publikum, auch deutlich mehr Corporates da, auch deutlich mehr Investoren da. Heute ist ja der Investorentag. Und bislang sind wir mit den Gesprächen super zufrieden, haben viele Karten ausgetauscht. Tolles Festival. Klasse, super. Bevor wir auf eine kleine Besonderheit eingehen, vielleicht nochmal ganz kurz zu Loom Impact. Ihr seid im Prinzip eine Company, die Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit Finanzierungslösungen beschafft bzw. kreiert. Ihr seid sowas wie eine Boutique. Erklär doch aber nochmal mit eigenen Worten, wie ihr das genau macht, was ihr da genau macht. Also Loom Impact an sich hat eigentlich zwei Geschäftssegmente. Das eine Geschäftssegment ist das Bauen von Kapitalmarktprodukten für SDG-orientierte Unternehmen. Das heißt also, Projekte, entweder zum Beispiel Fondinitiatoren, die Impact-Fonds auflegen wollen, oder auch Unternehmen, die zum Beispiel Kapitalbedarfe haben, statten wir mit Kapitalmarktprodukten aus. Das können zum Beispiel Fonds sein, das können Anleihen sein, das ist aber insbesondere auch Verbriefungen, also Securitizations, die dafür sorgen, dass wir im Grunde eine Verbindung über Kapitalmarktprodukte von den Unternehmen oder von Initiatoren haben zu den Investierenden, die nach Impact-Investing-Produkten suchen. Das ist die eine Säule, aber ihr habt noch eine zweite, die zweite Säule? Die zweite Säule ist eine Digitalsäule und zwar alle unsere Produkte, die wir bauen, sind Impact-Linked. Also das heißt, die finanzielle Performance wird ausgesteuert über den Impact, der erzeugt wurde von den entsprechenden Unternehmen. Dazu muss man sie erfassen. Wir haben eine Plattform namens Loompact, das ist eine Submarke von uns gebaut, wo es ganz einfach ist, diesen Impact zu planen und dagegen zu berichten. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir jetzt, daran haben wir jetzt quasi anderthalb Jahre gearbeitet, diesen Impact auch monetarisieren können. Dazu nutzen wir Token und NFTs. NFTs ist ein gutes Stichwort. Ich bin vorhin bei euch am Stand vorbeigekommen und habe mit großem Interesse gesehen, dass dort, ich glaube, zwei direkte Platzierungen von NFTs von euch angeboten wurden. Eine dritte, glaube ich, war noch in Vorbereitung oder zumindest der QR-Code war noch defunktional geschaltet. Erzähl uns trotzdem, was sind diese zwei Projekte und was macht ihr da genau mit NFTs? Also momentan ist es ja so, Impact hat eigentlich keinen Gegenwert. Also vielleicht in einer Dimension, CO2, ja, kennen wir wegen dem Zertifikatshandel. Aber alle anderen, ich meine, CO2 ist innerhalb von 17 SDGs im SDG 13 verortet. Und da ist es ein einziger Parameter, ein einziges KPI. Es gibt hunderte von unterschiedlichen Parametern, die alle keinen finanziellen Gegenwert haben. Und es gibt aber ganz viele Unternehmungen, seien sie jetzt For- oder Non-Profit, die Wirkung erzeugen im ökologischen oder sozialen Rahmen. Und wir geben jeder Form von Impact finanziellen Gegenwert. Wie machen wir das? Wie gerade eben gesagt, diese Plattform Loompact ermöglicht es ja Unternehmen, ihren Impact einfach zu erfassen. Das sind Daten, die kommen direkt von den Unternehmen, also diese Daten. Das heißt, es sind hochqualitative Daten, die jetzt nicht orakelt werden, sondern die kommen direkt als Aussage von den Unternehmen. Die Unternehmen sind auch haftbar für diese Daten. Das würde jetzt als Aussage nicht reichen. Wir und auch Partnernetzwerke, zum Beispiel auch Leonardo, das ist auch eine Firma hier, die in Frankfurt ansässig ist, auditieren diese Daten. Also sind diese KPIs, die da verbrieft werden sollen oder verifiziert werden sollen, ist das valide? Also sind ausreichend statistische und operative Informationen eingeflossen, um zu dieser Aussage zu kommen? Und wenn das der Fall ist, dann sprechen wir bei geleistetem Impact, also Impact, der in der Vergangenheit liegt, von Impact Assets. Warum ist es wichtig, von Impact in der Vergangenheit zu sprechen? Impact kann ja nur realisiert sein und ist nicht mehr wegnehmbar, wenn er mal in der Vergangenheit geleistet wurde. Das heißt also, wir verbriefen nichts in die Zukunft hinein, sondern in die Vergangenheit. Dann ist Impact plötzlich ein Produkt. Das heißt, ich kann hergehen, wir haben unser erstes NFT, was wir jetzt rausgebracht haben, also das erste Impact-NFT-Zertifikat, wenn man so will, überhaupt weltweit, haben wir für Africa Green Tech rausgebracht. Africa Green Tech ist ja ein Anbieter, der Solarkontainer baut und betreibt für Sub-Sahara-Afrika, also dort die rurale Elektrifizierung vorantreibt. Ja, die verkaufen Strom, aber eigentlich, was sie machen, ist was ganz anderes. Strom ist vielleicht die Spitze des Eisbergs, aber der dicke Bauch ist, ja, plötzlich entstehen da Businesses. Weil Businesses entstehen, ist dann mehr Einkommen. Weil mehr Einkommen entsteht, können plötzlich Kinder zur Schule geschickt werden. Kann man sich einen Kühlschrank kaufen, weniger Food Waste entsteht. Die Leute haben weniger Erkrankungen deshalb, weil sie sich nicht eine Lebensmittelvergiftung zuziehen und so weiter. Also das heißt, die Lebensqualität wird besser. Im Grunde ist das der dicke Bauch unter dem Eisberg. Der war bislang nicht monetarisierbar. Und den haben wir in ein NFT gepackt. Und das ist eine Serie von 1.197 Stück. Das repräsentiert den Impact, der in 2022 erzeugt wurde, in Niger, in Amalul, das ist ein Dorf. Und repräsentiert den Impact, der für eine Person erzeugt wurde. Und diese Serie verkaufen wir momentan, oder verkauft, muss man übrigens sagen, AGT. Weil AGT ist der Herausgeber, also Africa Green Tech, ist der Herausgeber davon. Wir sind lediglich der Technologie Provider und derjenige, der so ein bisschen diese Vermarktung mit übernimmt. Und damit können wir Impact verpacken in ein digital darstellbares und handelbares Produkt. Und das hat ganz viele Vorteile. Das würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen, die jetzt alle zu erklären. Aber damit sind wir weltweit, glaube ich, die allerersten, die Impact in jeder Form handeln. Ich würde es versuchen, nochmal zu wiederholen, weil wenn ich es verstanden habe, dann verstehen es ganz viele andere auch. Das heißt, wenn ich jetzt hier in Frankfurt auf die Straße gehen würde, würde ich sagen, ich sammle hier Plastik. Und ich koste pro Stunde 20 Euro. Und ich schaffe es am Ende des Tages, 100 Kilo Plastik zu sammeln und sage dann, dafür habe ich 8 Stunden gebraucht. Also irgendwo dann 20 Euro mal 8 Stunden. Dann ist das in der Vergangenheit, das ist eigentlich eine konkrete Leistung, die ich verbriefe. In Form zum Beispiel eines NFTs. Und jemand anderes könnte jetzt im Prinzip sagen, ich möchte den Impact zu meinem Impact machen. Indem ich dich im Nachgang dafür bezahle, dass du diese 100 Kilo quasi für mich gesammelt hast. Man kauft den Impact Claim ab. Also das heißt, letztendlich... Das Recht an der Verbesserung. Retrospektiv. Genau, retrospektiv. Also im Grunde... Kein Versprechen, sondern schon erfüllt. Ja, schon erfüllt. Was ja viel konkreter ist auch. Ja, viel konkreter. Außerdem ist es dann so, dass diese Aktion plötzlich dazu führt, dass das Kilogramm, was ich da irgendwie einsammle, einen echten... Also es ist wirklich ein Produkt. Weil... Bleib mal jetzt beim... Wenn es zum Beispiel mit dem Ocean Plastik geht. Der Fisch kann mich dafür nicht bezahlen, dass er glücklicher wird und kein Plastik mehr fressen muss. Oder länger lebt. Ja, genau. Sondern wir müssen im Grunde für diese... Wir als Gesellschaft müssen für diese Müllabfuhr bezahlen. Und das sollten insbesondere Unternehmen tun, die zum Beispiel eine Plastikverschmutzung haben. Also den Plastik-Footprint haben. Und genau das passiert. Das ist zum Beispiel das zweite Zertifikat, was wir dann in der nächsten... In zwei Wochen ungefähr auflegen. Das ist von Plastikfischer herausgegeben, die in verschiedenen Standorten der Welt, hier insbesondere da in dem Zertifikat in Indien, wirklich eine Unmenge an Plastik aus den Flüssen herausnehmen und das dann plötzlich nicht nur vergütet bekommen, weil sie relativ wenig davon im Übrigen als Recycled Plastik anbieten können, sondern wirklich die Aufräumleistung anbieten können. Und das ist natürlich für CSR-Departments von großen Corporates unter anderem interessant. Klar, zumal es auch sehr konkret ist. Trotzdem noch zwei kleine Fragen dazu. Die eine Frage ist, wie schaffen es Unternehmen das dann vorzufinanzieren? Weil am Ende bei Afrika Green Tech ist es klar, es ist ja ein Purpose. Die machen das so oder so. Sie haben eben eine Möglichkeit, sich hier nochmal zu refinanzieren. Aber jetzt gibt es vielleicht auch Vorhaben, also die sagen, wir leisten das jetzt, dass wir eben in der Vorleistung sind. Wie könnten die das a finanzieren? Und b die andere Frage, um nochmal in die richtigen Nerd-Richtung zu gehen. Was brauche ich dafür? Reicht das, dass ich ein ganz normales Wallet habe, in das ich NFTs kaufen kann? Und auf welcher Blockchain-Technologie ist der NFT entstanden? Also die Blockchain-Technologie, wir benutzen das Solana. Das hat mehrere Gründe. Wir haben uns versucht, eine Blockchain auszusuchen, die einen relativ geringen Energy-Footprint hat. Weil Blockchain ist immer so, furchtbar, da denkt man immer so an Bitcoin und an die riesige Ethereum und so weiter. Naja, Ethereum hat ja auch umgestellt. Wobei die natürlich einen historischen Footprint wiederum haben. Weil das war auch Proof-of-Work. Also da, wo man ganz viel rechnen muss, um so einen Token zu erstellen. Deshalb haben wir uns eine rausgesucht, die von Anfang an Proof-of-Stake, Proof-of-History ist. Das ist das Verfahren, was überhaupt, also ein Millionstel von dem an Energie verbraucht, was so eine Proof-of-Work-Chain braucht. Das ist das eine. Außerdem kompensieren die auch noch den errechneten Footprint komplett. Aber das mal von Solana jetzt mal abgesehen. Wenn ich so ein NFT kaufen möchte, dann brauche ich nichts weiter, außer eine Kreditkarte und eine E-Mail-Adresse. Also das ist genauso einfach, als wenn ich bei einem großen Online-Shopping-Anbieter mir was in den Warenkorb tue und mit einer Kreditkarte bezahle. Das ist genauso einfach. Also ich habe gestern am Stand zwei Leute gehabt, die gesagt haben, ich habe mein erstes Crypto-Asset gekauft. Er hätte es nicht gedacht, dass das so einfach ist und so, Verzeihung, unspektakulär. Also man braucht kein Wallet. Idealerweise sage ich immer, das wird nach dem Kauf in ein sogenanntes Custodial Wallet gelegt, das im Internet sitzt, also bei dem Payment Provider, den wir da haben. Das ist immer die unsicherste Variante. Ich rate allen danach, wenn sie das sicher haben wollen, das vielleicht auch für mir im Handy so ein Wallet zu installieren und sich das dann später dahin zu transferieren. Aber muss man nicht machen. Wenn jetzt mal der Anbieter in eine Bedrängnis kommt irgendwo, weil dann, genau. Also es gab in der Vergangenheit auch durchaus Anbieter, die halt eben nicht mehr existiert haben. Und dann war plötzlich der Zugang zu diesen Crypto-Assets, die ich gekauft habe, nicht mehr. Also es ist sicherer, das natürlich zu transferieren. Aber man kann es natürlich auch da lassen. Jetzt habe ich die erste Frage vergessen. Die erste Frage war, was machen Unternehmen, wenn sie sagen, hier, pass auf, wir wollen das machen. Aber wir müssen ja dadurch, dass wir in Vorleistung gehen, wie machen wir da ein Funding oder wie machen wir das? Also, dass die im Prinzip überhaupt anfangen und nicht sagen, wir haben ja erstmal kein Geld, wir können erstmal gar nicht anfangen. Also, das stimmt. Es ist eine Herausforderung, insbesondere bei Non-Profit-Unternehmen. Weil Non-Profit-Unternehmen sind üblicherweise gewohnt, dass man eine Spende bekommt und diese Spende dann hoffentlich zu Wirkung führt. Das stimmt. Es ist wahrscheinlich viel spannender und wir reden mit mehreren darüber, wie man das quasi umstellen kann, diese Vorfinanzierung in eine, ja, nachgelagerte Finanzierung umbaut. Und wir haben, glaube ich, den absoluten Königsweg dazu gefunden, nämlich, das ist noch nicht implementiert, da sind wir jetzt gerade dabei, das wird wahrscheinlich Anfang des nächsten Jahres werden die ersten rauskommen, Impact-Optionen. Ah, okay. Was ist eine Impact-Option? Das ist in der Tat, ich gebe heute Geld aus dafür, dass zum Beispiel im nächsten Jahr Wirkung erzeugt wird. Wenn diese Wirkung erzeugt wird, am Ende des Jahres, kann ich meine Option, die ich vielleicht zu einem Vorteilspreis gekauft habe, in den generierten Impact austauschen. Das heißt, ich nehme meine Option und bekomme dafür das echte Token, also nicht die Option, wo echt drauf steht, Achtung, Option ist noch kein realisierter Impact, sondern kann das dann umtauschen in realisierten Impact. Also in das, was da zum Beispiel bei uns auch am Stand als NFT hängt. Und damit haben wir die Vorfinanzierungssituation gelöst und können sukzessive transformieren, dass Impact zu einem Produkt wird. Und das könnte man ja sogar als Microcontracting wieder innerhalb eines NFTs tun. Ich sehe, wir verstehen uns. René, ich danke dir für diese vielen Informationen. Wir haben jetzt eine Verabredung, ich gehe jetzt mit dir NFTs kaufen. Wunderbar, dann komm mal mit. Ich danke dir auf jeden Fall. Ich gete. Ich danke dir. Ich danke dir. Untertitelung des ZDF, 2020